ja hallo leute willkommen zurück zu einer neuen runde lords of the fallen und ich stehe hier im eingang des roger gebiets vor der brücke und im letzten teil als wir angekommen sind haben wir gesehen einen kurzen clip in dem gezeigt wurde dass da hinten am ende des des eingangs ein neuer boss steht und und auf und auf uns wartet und hier kommt ein tyrann und sein herz sehe ich schon da hinten dem man sich ja erstmal holen muss um ihn zu töten sonst stirbt er nicht dass das ist das sehr schön kleiner schlüssel westlicher vorraum questraum quest gegenstand dieser schlüssel wurde perfekt in würde perfekt in die tür einer gefängniszelle passen westlicher vorraum ich glaube ich weiß wo das ist ich glaube da war da steht ein hund oder stand früher ein hund davor ach nee moment moment da habe ich was da habe ich doch was und zwar der hier äh bin ich jetzt zu zu schwer nö ach mist nein oh schande das ging aber jetzt schnell das abzug abzug der energie ging ja plötzlich total schnell ok ja aber der der tyrann kommt ja nicht wieder das ist auch von vorteil so rache rammen probiere ich mal aus mir ist Mist, er steht da im Abgrund. Ja, komm doch da raus. Der steht ungünstig da, wo er steht. Oh nein! Aufstehen. Oh Gott, weil hier gibt es ja Löcher an den Seiten. Nochmal gut gegangen. So. Ah. Hör mir zu. Gehe zuerst hier durch den Turm und meide fürs erste die große Arena. Und triff dich mit mir an dem Ort, wo du gegen diesen dreifüßigen Hocker gekämpft hast. Wenn du das tust, zeige ich dir meine großartige Entdeckung. Mhm. Okay. Finde die Kammer der Täuschung. Finde die Kammer der Täuschung. Ja. Was ist denn da los? Jedenfalls kann man hier sehr schön speichern. Und vielleicht auch die Punkte einsetzen. Nö. Ne? Ähm. Nö. So, wo soll ich hier? Ach ja, außerdem haben wir ja jetzt einen neuen Schlüssel bekommen. Und die Rede war von einem verlassenen Tempel. Aber so verlassen ist der glaube ich auch wieder nicht. Jedenfalls hier soweit. Und ich habe natürlich den Timer vergessen zu stellen. Natürlich. Ah. Nein. Stimmt, ja. Der holt meistens zweimal aus. Keine Hunde. Und zwar hier. da war früher in uns drin. Genau. Sehr schön. Splitter. Sie entstehen immer, wenn es einen Riss gibt. Die Substanz beider Dimensionen trifft aufeinander und kristallisiert sich in dieser unglaublichen Form. Erfüllt von Macht. Einige der größeren Risse. Sie bilden zerbrochene Splitter. So groß und schwer, dass man sie nicht bewegen kann. Wer weiß, welche Macht sie enthalten. Ewige Legende und Bürde. Schwere Rüstung. Die möchte ich jetzt nicht haben. Nein. Und das. Sie muss von Menschen hinterlassen worden sein, die in den Tempel kamen. Durch ihr Gewicht ist sie nur zweihändig einsetzbar, zumindest für Menschen. Ja, nee, dann lieber nicht. Das war's schon. Gut. Ach ja, den das Schild wieder ändern. Was ist denn hier mit gewesen? Ach, da brauche ich etwas mehr Skalierung in Glück, glaube ich. Moment mal, wo sagte sie, sollen wir hin? Ah, ja, ja, zu dem Saal des dreibeinigen Hockers. Also zu dem Infiltrator-Boss, ne? Und das, es gab doch hier eine Abkürzung, oder? Oder war die hier? Nee, das war oben. Nee, das war, glaube ich, oben. Okay. So, ähm, das war hier, ne? Mhm. Und dann nach oben. was habe ich denn da gemacht? Keine Ahnung. Da bin ich wohl ohne es zu wollen irgendwo dran gekommen. Oh, nee. Daneben. Ups. Oh, mal schnell was trinken. genau. Ist hier was Neues? Eine. sehr schön. Okay. Okay, dann hier runter. Wahrscheinlich könnte ich hier einfach auch durchrennen. Ja, der war daneben. Aber die geben doch nette Punkte. Deswegen nehme ich die doch gerne mit 448. Ich habe gar nicht gesehen, wie meine Punkteskalierung aussieht. Und zwar so. Und zwar hier, genau, hier war doch eine Abkürzung. Dann nehmen wir die doch. Hm, wie soll ich rüber? So. Von hier aus? Ja. Die Spinne ist auch wieder da. Und Tschüss. Nein. Oh. Fast daneben gegangen. So. Da ist auch eine Spinne. Äh, ach so. Der Kleine. Okay. Sehr schön. So. So. Mehr war ja nicht. Sehr schön. Und hier rein. Was ist los? Was ist los? Was war das? Und vor allem, wo ist, wo ist unser Freund, der, der die menschliche Schädel haben wollte? Der stand doch hier, oder? Wo war das? Ich glaube, er stand hier. Äh. Hallo? Das hört sich nach Portal an. Ja gut. Ich gucke mir mal. Ach, mir fällt gerade ein, dass es, dass es ja noch eine viel bessere, äh, viel bessere Abkürzung gab. Oder gibt. Die hier durch gewesen wäre. Ja. Und dann habe ich gar nicht mehr gedacht. Und dann laufe ich mal, nur um zu gucken, ob sich hier was getan hat. Mal hin. Und. Ach, guck mal. Lohnt sich doch immer. Und hier ist so ein Siegel mit einem blauen Dingens. Ähm, äh, Farbe. Ich schieße mal mal dagegen. Funktioniert. Verlassen. Jetzt könnte ich da durch. Will ich aber nicht. Weil wenn ich wieder zurückkomme, sind alle Gegner wieder da. Erstmal. Erstmal. Also nicht. Erstmal. Gehe ich da rein. Und hoffe einfach. Wie viele Punkte? 4.100. Moment. Gab's nicht. Doch. Ach, shit. Ja, ich hoffe einfach mal, dass es jetzt nicht wieder ein Bossgegner kommt. Ist da hinten nicht was? Weil unsere Freundin. Moment, ich schaue mir mal das hier an. Ja, da ist das Portal, was wir gehört haben. Ähm, ich glaube hier war ich auch noch gar nicht drin, oder? Ach, ja. Da ist doch ein Kontrollpunkt. Hier um die Ecke. Genau. Setzen wir das ein. Genau. Und jetzt. Ach ja, auch die Punkte. Komm. Besser ist das. Sehr schön. Äh, in Glaube. Da will ich. Ach so, nee. Äh, meine Ahnung. Glaube. Weiß nicht, ob ich das noch brauche. Ich wollte. Egal. Jetzt. Als nächstes. Weiß ich nicht. Stärke. Vitalität. Glaube. Oder Glück. Oder Geschicklichkeit. Mal. Das habe ich ja noch gar nicht gelevelt. Aber ob das Sinn macht, wirklich alles zu leveln, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, hier. Reicht das schon? Ich glaube nicht. Hm. Könnte ich das betreten? Ich weiß es noch nicht. Das, das lasse ich mal aus. Das Portal. Und. Such mal unsere Freundin, die mir ja was. Was Schönes zeigen wollte. Ist sie das da hinten? Ja, ne? Kommt man da rauf? Nein. Du wolltest mir was zeigen? Ja. Der Ort, den ich suche, muss hinter dieser Tür sein. Könnte ich da rein, würde ich erfahren, warum mich das Buch der Ahnen dorthin geschickt hat. Ja, und wieder haben wir ein Soundproblem. Dass man die Sprache nicht, äh, dass man die Sprache nicht hört. Also, öffne die Tür. Wonach genau suchst du? Was glaubst du darin zu finden? Ich will wissen, warum meine Mutter mir das Buch der Ahnen hinterlassen hat. Ich könnte herausfinden, welche Geheimnisse meine Familie verborgen hat und warum. Es muss auf jeden Fall irgendwie wertvoll sein. Was für einen Schatz findest. Warum bittest du nicht einfach deinen Verwandten, sie zu übersetzen? Wie lange versuchst du schon, diese Tafel zu übersetzen? Und wenn dich das Buch zu deinem Schatz führt, was dann? Ich weiß es nicht. Vielleicht noch einen suchen gehen. Was? Brauchst du den Dolch noch? Ich habe die Wegforte schon gefunden. Behalte ihn. Es muss einen einfachen Weg geben, das zu übersetzen. Warum fragst du nicht einen deiner Verwandten? Die sprechen doch die Sprache. Sie sind alle tot und begraben, Hakin. Von ihnen bekomme ich keine Antworten. Zumindest nicht in diesem Leben. Ich bin die Einzige, die noch lebt. Wie lange versuchst du schon, dieses Buch zu übersetzen? Jetzt stellst du mir zu viele Fragen. Okay. Ähm. Finde die Kammer der Täuschung. Ja. Ich habe das Warten satt. Unternimm was. Na dann. Mach die Tür auf. Warum habe ich nicht daran gedacht? Oh Moment. Ich habe ja... Die bewegt sich nur nicht. Mal sehen, was wir tun können. Ja. Diese Tür. Mit Glück hat das nichts zu tun. Diese Tür. Mal schauen. Ähm. Hiermit. Ja. Hiermit geht es. Also man kommt hier durch. Da ist ein Hebel. Machen wir das doch auf. Für unsere liebe Freundin. Turm wird auch alles. Betritt die Kammer der Täuschung. Da ist schon ein... So ein Zauberhexer. Den begegnen wir nur mit diesem Schild. So. Jetzt ist es ja offen. Der findet weniger gefährliche Orte als diesen Turm. Nacht hier. Ja. Also ich werde hier warten, bis du den Weg frei machst. Das hast du dir schon gedacht, oder? Ja. Das habe ich mir gedacht. Der ist daneben gegangen. Ja. Scheiße. Ja. Scheiße. trinken ja der Sound hat öfter mal Probleme wie jetzt auch wirkung brustpanzermittel und man kann das nur beheben glaube ich wenn wenn man das spiel ausschaltet und das möchte ich ja jetzt nicht weil dann kommen alle gegner wieder brustpanzer was habe ich denn jetzt bekommen habe ich nicht gesehen dimensionen vielleicht oder greif das ist schwerer den hatte ich schon wirkung vielleicht das ist auch sehr schwer will vielleicht super schwer ja weiß ich auch nicht ich lass das mal so wie es war was war das moment ich wollte doch das betritt die kammer der täuschung öffne den weg durch das herz der weisheit in die kammer der täuschung was ist das denn was ist das denn was bitte was ist das gegen geister oder was ist das betritt die kammer durch was ist das für eine musik die 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 ist extra dramatisch betritt die kammer der täuschung ist das die kammer der täuschung die 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 Und ein Schwert. Eine sehr schwere Schwert, oder? Ja, geht. Aber 26 Stärke auf Anforderung. Skaliert mit 8. Ist es nicht besser als das, was ich habe? Nee. Nee, 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 nee. Ach so, was stand denn darüber? Könnte ich mal lesen. Unter den Taten, mit denen du Leid anrichtest, wirst du leiden. Die geraubten leben, werden zurückkehren und ihre Mörder heimsuchen. Hm? Hört sich nicht gut an. Wenn wir Feinde töten, kommen die alle wieder und sind dann hinter uns her. Guck mal, ein Zeichen. Ich weiß gerade nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das vergessen habe, oder was diese Zeichen zu bedeuten haben. Und hier? Was ist da los? Hm. Da hinten ist auch dieses Zeichen. Moment, ich gehe mal die, ich gehe mal nach oben. Ein Kontrollpunkt, das ist schon mal sehr gut. Ach so, da komme ich von hier nicht dran. Die Tür ist von dieser Seite blockiert. Also wir müssen da durch diesen äh, großen Raum wo die Blitzmaschine steht Ah, ich habe es verdammt nochmal herausgefunden, Hacking. Ich weiß es. Dieser Ort, er selbst ist das Wissen. Meine Familie ist zwar tot, aber sie hat mir dieses Buch hinterlassen. Und dieses Buch ist eine Karte. Ich hatte die ganze Zeit schon eine Karte bei mir. Und jetzt kann ich sie endlich lesen. Ich bin so nah dran, ich muss das übersetzen. Inzwischen könntest du vielleicht noch Rätselröse Tores dort lüften. Vielleicht findest du die Antwort irgendwo in diesem Turm. Mhm. Was? Ansprechen. Nochmal ansprechen. Hallo? So. Ich bin so nah dran. Inzwischen könntest du vielleicht noch das Rätselröse Tores dort lüften. Das Tor. Dies ist jenes welches. Und das ist echt doof mit dem Sprach. Bug. Aber rausgehen aus dem Spiel möchte ich jetzt auch nicht. Ah. Ja, ja, ja. Mhm. Er versteckt sich hinter dieser Ecke. Nein. Was passiert da? Nimm das. Nimm das. Da ist die Tür, die natürlich für uns nicht gedacht ist. Guck mal. Seltsame Schriftzeichen in einer uralten Sprache. dieses Schriftzeichen, ist das da auch zu finden? Und hier ist noch nicht das, der Ort des Kontrollen. Ich glaube, diese Flammen machen das Geräusch und das finde ich super irritierend. Und da hinten sind also nochmal so ein, so ein Hexen-Ding. Und so einer. Getöse. Aha. Schriftrolle. Aktefakt. Wirkung. Ausrüstung. Mittel. Ausrüstung, Mittel. Irgendwas. Aktefakt oder so. Mhm. Wirkung. Mittlere Rüstung, ja. 92. Diese, äh, dämonische Rüstung der leichten Roga-Infanterie ist im Vergleich zu einen gehender, eingehender, gewöhnlicher Rüstung sowohl robust als auch elastisch. Joa, hat, äh, ist ein bisschen besser, ein bisschen schwerer. Ist eigentlich schlecht. Und ein Sockel hat es auch. Mhm. Ja, ich nehme das. Ich nehme das. Jetzt bin ich nicht, ähm, grün im Gewicht. Aber ich lasse das jetzt erst mal. Was haben wir hier bekommen? Das. Wow. Zwei Sockel. Okay. Es hat 31, äh, stärker auf die Aufforderung erst mal 22, dann hat es, ähm, 52 Schaden. Das andere ist auch ein bisschen besser. Dabei dieses Giftschaden. Ich weiß gar nicht, wie man das erzeugt. Ähm, was ich habe. Also der Hammer, ne. Giftschaden. Es gibt Waffen, die erzielen. Mit jedem Treffer zeichnen. Ich, ist mir noch nicht... Ein Schlag auf den Boden vergiftet deine Feinde. Ich habe doch nicht festgestellt, wie das geht. Die Runen sind offenbar die Geister, die zwischen... Sie bilden, verknüpfen und übertragen Kämpfe, äh, Kräfte aus den Dimensionen. Die Rune kann selbst dem einfachsten Objekt umfassbare Macht verleihen. Doch ich muss vorsichtig sein, denn der Umgang mit Runen ist gefährlich. So, da ist... Achso, ne, doch nicht. Wo bin ich jetzt? Ah, ich bin wieder am Anfang zurück. Ich gehe noch mal zurück. Den Weg, den ich gekommen bin. Ach ja, genau. Da war ja noch ein... noch ein, äh, eine andere Richtung. Was ist das? Na komm, zeig dich. Oh, scheiß. Das kann sich teleportieren. Äh... Turn-Schlüssel des Schmieds. Turn-Schlüssel des Schmieds. Dieser Schlüssel sieht uralt aus. Sein Ursprung liegt bestimmt nicht in dieser Welt. Vielleicht möchte das der Schmied bekommen. Und hier ist noch so eine, so eine Statue. Für den, der für uns eintrat. Da muss es auch noch ein Geheimnis drum geben. Nehme ich an. So, und... Das Geheimnis mit dem Tor habe ich jetzt nicht gefunden. Vielleicht sollte ich meinen anderen Ring anziehen. War das der Kompass? Schätze. Großen Wert. Damit es, falls es irgendwo Geheimgänge, Geheimwände gibt, ich davon erfahre. Sonst erfährt man das ja nicht. Oh, es ging ja noch weiter nach oben. Ach so. Ein neuer Gegner. Ziehe ich noch mal den. Den mit dem Magie Zauberkräfte generiert. Genau. Da ist eine Truhe. Und so ein neuer Dino. Was ist das? Schalter. Äh, Hebel. Na. Aha. Au. Drei. Drei. Oh. Das macht selber einen Giftangriff. Au, 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 au. Hier ist glaube ich nicht so gut mit so einem großen zu kämpfen. Ah. Ich komme hier nicht durch. Weg, weg. So. Ich habe noch gar nicht festgestellt, wie sich die neue Heiltränke auswirken. Mist. Daneben. Oh. Das war doch gut. Und das war auch gut. gut. Ja. Platsch. Puh. Jetzt ziehen wir mal dran. Irgendwas ist jetzt da passiert. Wirkung, Wirkung, Bein und Helm. Ja, nicht schlecht. Dämonische Rüstung, robust als auch elastisch. Und Bein. Mehr Balance und mehr Widerstand in allen Effekten. Das gucke ich mir mal, wenn ich einen Schmied finde, nochmal an. Da will ich jetzt nicht raus. Okay. Ach Mist. Rätselgrößen Tores dort lüften. In diesem Turm ist das der Turm. Wo bin ich denn? War ich schon überall? Da geht es ja auch irgendwas raus. Und hier bin ich hergekommen. Da bin ich hergekommen. War ich denn hier schon überall? Ja, ne? Ein Moment. Setze mein Kompass-Ring ein. Und dann lausche ich mal durch die Gegend. Okay, hier scheint da nichts mehr zu sein. Genau. Das heißt, dass wir dann da raus können. Punkte sollte ich vielleicht... Ich weiß ja nicht, was da passiert. Ne, hier nicht. Da ist noch eine Tür. Wie kommt man denn da dran? Von oben vielleicht? Komisch war's. Wie kommt man denn da dran? Von oben vielleicht? Sieht nicht so aus. Komisch. 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 Tja. Weiß ich auch nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Dann versuchen wir uns unseren Glück da durch. Wird schon schief gehen, oder? Okay. Das ist es. Also bin ich bloß. Ich kann das nochmal. Obwohl. Wenn ich das dann mal probier. Und das dann aus. Ich kann das auch nicht mehr probier. So, das mal das, was... Ich kann das kurz vor- Ich kann das mal aus. Ich kann das mal machen. Ich kann das mal probier. So, ja... ok ein titan nehmen wir doch den kleinen das kleine schild als erstes gilt es das herz zu finden ist vielleicht da oben wo ist das herz ups oder man bekämpft ihn erstmal und sieht wo das herz dann ist so kann man es auch machen ist hier irgendwo ein herz ein titan herz mist ach ja so wo ist es denn da 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 lebensschild und mein timer geht deswegen ja timer habe ich gehört deswegen ach da kann man ja speichern und so weiter oder doch nicht wieso nicht geht nicht aber es sollte doch gehen wenn das offen ist na gut da kann ich es wieder verlassen ja gut leute jetzt ein schnitt einen neuen part ich hoffe wir sehen uns danke fürs zugucken und bis bald ciao 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 ciao